Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich wurde hierher eingeladen. Was ist deine Entschuldigung? Dies ist mein Zuhause. Und wieso hast du mich hierher gebetet? Glaub mir, ich hätte dich nie hierher eingeladen. Aber was? Das würde ich bleiben lassen. Keine Angst, sie fressen weder Fisch noch Drachen. Nur wenn ich es ihnen befehle. Danke, meine Lieblinge. Das habt ihr gut gemacht. Ich übernehme jetzt. Also, könnte mir eine von euch erklären, was ich in dieser Horrorhütte mache? Entzückende Frage, denn bei dieser Horrorhütte sprichst du von meinem Zuhause. Und keine von euch ist eingeladen. Ich habe exakte Weisungen erhalten. Ja, ich auch. Das interessiert mich nicht. Ihr seid unbefugt hier. Ich zeig euch, was ich mit Einbrechern mache. Denk nicht mal dran. Na, na, Ladies. Jetzt zerfetzt euch nicht. Ich brauche euch alle in einem Stück. Oder besser, in drei Stücken. Rumpelstilzchen, du warst das. Schuldig. Dann erklär, warum du mich aus dem Meer gelockt hast. Oh ja. Der Grund für dieses kleine Täter-Täter-Tät-Athelt. Wir alle haben etwas gemeinsam, abgesehen von unserer gegenseitigen Abneigung. Wir sind böse. Und es wird Zeit, dass die Bösen auch ihr Happy End kriegen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich hab zu. Ein prophesie.